Der 2008 gegründete Medizintechnikpionier Syntelix aus Hannover erforscht, entwickelt und vertreibt bioabsorbierbare Implantate. Die Innovation des Unternehmens besteht in einer weltweit einzigartigen Knochenschraube auf Metallbasis. Wir sind der Überzeugung, dass wir das absolut überliegende Produkt haben, weil sich das Implantat im Körper auflöst, damit eine Zweitoperation entfällt und die dem Patienten natürlich erhebliches Leid, aber auch dem Gesundheitswesen extreme Kosten spart. Die zukünftige Entwicklung von Implantaten auf Magnetikbasis werden in der zahnärztlichen Heilkunst zu liegen haben und in der Humanmedizin, vor allem im Bereich der Gesichtsoperationen. Im Jahr 2013 erhielt das Implantat die erste medizinische Zulassung für Deutschland. Seitdem kamen 27.800 Syntelix-Implantate in 28 Ländern weltweit zum Einsatz. Unsere vier, fünf Hauptwettbewerber haben ungefähr 400 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Wir respektieren diese Wettbewerber sehr, aber wir haben in diesem Wettbewerb keine Angst und wir glauben auch, dass wir das, was wir vielleicht an Größe weniger haben, durch Leidenschaft, Einsatz und Begeisterung ausleiten können. Die Syntelix AG geht neue Wege. Sie eröffnet im Sommer 2017 ihren ersten Auslandsstandort. Der Standort Singapur ist insofern interessant, weil es eine herausragende Wissenschaftsmetropole ist, die viele kreative Köpfe hervorbringt. Und diese kreativen Köpfe brauchen wir, mit denen wir auch unbedingt in Austausch gehen möchten. Neben dem einzigartigen Know-how zählt Syntelix das 28-köpfige Team zu seinen besonderen Stärken. Eine Mannschaft bestehend aus Individualisten, Teamplayern, Querdenkern, ja auch Exzentrikern. Diese Mannschaft ist in der Lage, das hohe Tempo, das wir weltweit vorlegen, unsere Technologie zu verbreiten, mitzugehen. Ja, diese Mannschaft hat sogar die Ambition, dieses Tempo weiter zu steigern. Mittlerweile gibt es Chirurgen, die ausschließlich dieses Implantat einsetzen. Syntelix könnte noch einige Medizintechnik-Riesen zu Fall bringen. Diese Innovation hat Disruptionspotenzial auch im Weltmaßstab. Und sie ist nicht zufällig entstanden. Ich erwarte von Syntelix ein äußerst dynamisches Wachstum und hoffe Sie bald als Teilnehmer in der nächsten Größenklasse bei Top 100 wiederzusehen. Die Mohs voice . Untertitelung des ZDF, 2020